Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Fettsack probiert und herzlich willkommen zu einem wirklich krassen Video. Es ist soweit Leute, nachdem wirklich Influencer das, das und das rausgebracht haben und hoffentlich ich Fettsack auch irgendwann was rausbringe, haben jetzt wirklich YouTuber einfach eine Pizzeria eröffnet. Das finde ich wahnsinnig krass. Ich meine, das ist ja nicht so ein Produkt, das man sich in den Po schiebt, sondern wirklich was Foodartiges. Und ich als absoluter Food-YouTuber, Tester und Fettsack will das natürlich testen. Was genau ist rausgekommen? Und zwar haben Trimax und Knossi, die beiden, einfach eine Pizzeria eröffnet. Ich bin aber gerade noch nicht ganz sicher, ob es jetzt nur ein Lieferservice ist, also nur eine Pizza-Lieferservice, oder ob wirklich eine Pizzeria, wo du auch hingehen kannst. Weil, ich habe mir gerade angeguckt auf der Webseite, der Laden heißt Happy Slice. Eigentlich ein ganz cooler Name, also so sieht die Instagram-Seite aus. Ich war allerdings auch gerade schon bei Lieferanzo, wir haben null Bewertungen, Leute. Der Shop ging vor zwei Stunden online, ich bin einer der ersten wahrscheinlich, der es bestellt einfach. Und ihr könnt hier sehen, gibt es ganz viele klassische Pizzen, aber wenn ich ganz runtergehe, ist nur ein Impressum aus Berlin angegeben. Und wie ich es jetzt auch hier verstanden habe in der Insta-Story, ich kommentiere. Alles genau ist Happy Slice. Happy Slice ist eine eigene Pizzeriakette von Knossi und Trimax. Und wir liefern 14 frischgebackene Pizzen, Dips, Getränke oder auch Cookies direkt zu dir, egal. Okay, verstehe. Also es hat nichts mit einer Pizzeria zu tun, also du hast kein, äh doch, es hat mit einer Pizzeria zu tun, aber es ist nicht ein fester Ort, wo ich jetzt hingehen kann und sagen kann, ey Brudi, Trimax, mach mal eine Pizza. Ne, sondern es ist ein Lieferservice. Lustig, da habe ich auch ein paar Installer-Infos, die ich euch später mal erzähle. Ich würde mal sagen, Leute, bestellen wir einfach. Wie schmeckt die Pizza von Knossi und Trimax? Das werden wir heute zusammen herausfinden. Erstmal allerdings müssen wir bestellen. Ich würde sagen, wir bestellen jetzt zwei leckere Pizzen. Es gibt sogar vegan, allerdings gibt es auch Trüffel, Hollandaise kannst du da aussuchen, vegan made margarita, Magic Mister mit Kochschinken, scharfer Salami, Holly, oh Gott, oh Gott, welcher, welcher von euch bestellt wirklich hier sich ganz frech einfach Ananaspizza? Das geht ja nicht, ne? Tuno, geil, die wird mitgenommen. Ich nehme auf jeden Fall eine, sag ich mal, klassischere und ich probiere auch ein bisschen, vielleicht haben die auch irgendwas richtig nicht so fettiges, so amerikanisches, so ein bisschen, ne? Ich liebe ja die Italienisch-Pizzen, aber ich bin auch so ein Fettsack, ich will auch so ein bisschen diesen amerikanischen Flair haben, so dieses geile, fettige, ey, als es ja Amerika war, ne? Vor allem in New York, da ist Trimax ja auch wahrscheinlich gerade und ich schwöre es euch, Leute, da gibt es mal diese Pizza-Slices für einen Euro. Die kosten teilweise wirklich einen Euro und die sind wahnsinnig lecker, aber absolut überfettet, aber diese Pizza habe ich mich ein bisschen verliebt. Hoffentlich bieten die vielleicht irgendwas in die Richtung leicht an, aber nee, ich glaube, es sind nur klassische Pizzen. Er hat auch gerade schon gesagt, es sind napoleanische Pizzen, also eher mit diesem napoleanischen, fluffigeren, dickeren Teig. Geil eigentlich, sehr, sehr geil, aber leider nicht das, äh, ist okay, ist okay, komm, ich werde trotzdem probieren, ich nehme jetzt zwei Stück und natürlich noch Nachschlag. Nachschlag meint natürlich, wenn die hier Cookies anbieten, lustigerweise habe ich hier noch einen Subway-Cookie übrig. Ähm, ja, kommen wir den Cookie noch neben mir rein und die haben alkoholfreie Getränke und Woisola Still. Was ist das hier so, Digga? Sind das, ist das, aber das ist nur Fritz-Cola, was ist Woisola? Wenn das irgendwas Besonderes ist, nehme ich es auch noch. Und dann hoffe ich mal, dass die Lieferzeit nicht zu lang ist, weil ich bin ja wahrscheinlich nicht der Erste, der jetzt bestellt. Ich weiß nicht, das Ding bestellen gerade bestimmt 1000 Stück oder so, weil Trimax und Knaussi haben da wirklich gut die Werbetrommel gerührt. Äh, ich hoffe, ich kriege es trotzdem schnell, damit ich für euch probieren kann. Zwei Pizzen kommen jetzt gleich, plus natürlich lecker Nachtisch. Selber, Woisola Still, ist doch klar, wenn hier Still steht, das ist ein scheiß Wasser, das ist nicht so irgendwie so, ich hab gedacht, das ist irgendwie so ein Mini-Cola-Getränke, kennst du diese Colas von früher, wo man das so abgezogen hat, nein, das ist es geil. Eine Anspielung gefällt mir auch hier, Dark Matter, jeder der Backups 2 gezockt hat oder die anderen Treyarch-Teile, oh, geil, geil, geil. Wenn es darauf bezogen ist, wenn nichts, wenn es ein Zufall ist, dann jo, aber ich find's lustig als Ex-COD-Spieler. Man kann anscheinend über drei Lieferservice bestellen, wo ich noch dazu sagen, ich hab jetzt einfach Lieferando gewählt und so sieht's über Lieferando aus. Hier hast du ein paar Bilder von den Pizzen, ne, mal gucken, ob dir irgendwie jetzt wirklich der Teig so geil ist, wie es angekündigt wird, äh, und ja, hier siehst du auch die Preise, 12,90, ist jetzt nicht überwiegend teurer als andere Pizzalieferservice. Ah, vielen, vielen lieben Dank. Danke. Schönen Tag wünsch dir. Und da habt ihr sie, Leute, ich muss sagen, mich hat das sehr überrascht, dass wirklich ich auch das Design bekommen hab, ich dachte, da kommt jetzt einfach eine random Pizza, also eine Pizza von denen, aber mit irgendeinem Ding, aber nee, die setzen wirklich darauf, dass auch deren Zeichen durchgesetzt wird, also Happy Slice, dazu diese Pizza, also designmäßig haben die da echt was Gutes rausgehauen, das ist bunt, das ist auffällig und das ist schön, aber es kann ja schön geil und hübsch sein, das wichtigste ist ja wirklich der Geschmack und ich kann mir in diesem Video jetzt entweder Feinde oder Freunde machen, ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich werde ehrlich sein. Ich mag Knossi wirklich sehr, ne, Knossi ist eine absolute Unterhaltungsmaschine und Trimax ist ein geiler Fettsack, also ich finde Trimax auch mega, mega sympathisch. Ich habe ja nicht umsonst vor kurzem erst einen Tag die Trimax Fettsack-Diät gegessen und das war wirklich eine kranke Aufgabe, aber ich sag mal so, wenn es nicht schmeckt, wenn es standardmäßig ist, wenn es nichts Besonderes ist, dann werde ich auch ehrlich sein, dann tut es mir auch leid, auch wenn es vielleicht hart ist, ich möchte auch niemandem schaden, aber mal ehrlich sein. Schauen wir uns direkt erstmal die zwei Pizzen an, ich habe auch noch einen Cookie hier drin, also alles wird heute verspeist. Oh, Toonie, ich muss sagen, ich liebe Thunfischpizza, Thunfischpizza ist meine absolute Lieblingspizza und diese Pizza sieht auf jeden Fall anders aus, sieht nicht gewöhnlich aus. Ich finde es eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, sieht es ziemlich geil aus, irgendwie auch so ein bisschen fettig, was ich gut finde. Es hat auf jeden Fall vom Look her, finde ich, sieht ein bisschen eigen aus, was gut ist. Dann habe ich noch eine Special-Pizza für euch gespelt, die kostet auch glaube ich 2-3 Euro mehr und zwar die wunderbare Pizza mit Pilzen oder Trüffel war das, ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, ich habe einen Trüffel genommen, allerdings sind jetzt hier Champignons drauf und dazu wahnsinnig leckere Käse-Stückchen. Was haben wir hier? Wer will er erkunden? Wer will er erkunden? Rand ist auch noch dasselbe. Was ist das Besondere, sage ich mal, bei den Trimax-Pizzen bzw. Knossi-Pizzen? Der Teig ist aus einem Pinser-Teig. Die Pizza ist aus einem Pinser-Teig. Was ist das Besondere an Pinser-Teig? Das sind verschiedene Mehlarten, wie zum Beispiel Soja oder Weizen oder Kichererbsenmehl, was zusammengemischt wird und, sage ich mal, den Rand sehr knusprig machen. No, hier vielleicht nicht, aber hier schon knuspriger. Das soll es auf jeden Fall machen und der Teig hat eine sehr lange Teigführung, dass er schön wirklich bearbeitet wird, etwas fluffiger, leicht und anscheinend auch gut verdaulich macht. Das probieren die bei ihrer Pizza, sage ich mal, zu bewerben, ne, diesen Teig, etwas Besonderes, Specialigere. Ja, aber wie erwähnt, ne, es kann auch Gips und alles mögliche drin sein. Es geht jetzt ums Essen, um den Geschmack. Ich bin ein riesiger, riesiger Thunfisch-Fan, danach oute ich mich, Alter. Ja, den Keks, ne, den ich hier auch sehe, im Moment ist der eingepackt. Ah, ist was? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Hier ist auch noch so Trimax und Knossi, die sich gegenseitig füttern. Gefühlt könnte Knossi auch, äh, Trimax-Vater sein, ne? Ach, Knossi ist auch 50 irgendwie, aber Knossi ist ein geiler Typ. Und dazu gab es noch einen eingepackten, leckeren Keks, ne? Ja, mal gucken, wie der schmecken wird. Wahrscheinlich kommt dann ja ein Subway-Cookie ran, aber als kleinen Nachtisch ist ja auch okay. So, fangen wir an mit der Pizza. Ich ziehe sie jetzt raus, mal gucken, ob es käsig wird. Ich glaube nicht unbedingt. Zack, okay, 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 da kam jetzt kein Krise vorhanden. Leider, schön wäre es gewesen, aber sie ist noch warm. Macht euch keine Sorgen, ich habe auch nicht so viel rumgelabert. Und jetzt nehmen wir einfach mal den ersten Biss, ne? Wow, also sehr tomatisch. Auch wenn ich kein Tomaten-Fan bin, aber, ähm, den Tomatensoße habe ich eigentlich nichts. Ich hasse nur Tomaten. Das Ding ist aber, auf Pizza, sage ich euch, ne, kommt ganz gefährlich. Das trauen sich leider wenige. So eine geile Knoblauchsoße, oh mein Gott, wäre so geil, ne? Aber ich glaube, Tomatensoße ist halt einfach, sage ich, das standardhafteste und beliebteste Produkt. Mmh, ist ein leckerer Pumfisch. Mmh, auch der Kies ist geil. Ich muss sagen, das sehr Besondere ist der Teig, das merkt man schon. Der Teig ist auf jeden Fall dicke, aber auch sehr fluffig. Du beißt rein und du hast einen fluffigen, geilen Teig, ne? Der schön, nicht irgendwie fest ist oder so eine Scheiße. Es gibt ja auch Pizzen, die haben über den knusprigen Boden was, okay, zum Beispiel Capita Bera Pizza war das zum Beispiel so. Ich finde den Boden aber eigentlich ganz geil, ne? Dann der Rand. Wie viele Leute, die essen nicht gerne Rand. Was ist denn los mit euch? Der Rand ist doch super, ich liebe Ränder. Ein Problem, knusperer zu kriegen. So einen richtigen, mega Knusper hast du zwar nicht, aber es ist ja leicht. Es ist leicht, sehr mehlig, auf jeden Fall. Ein guter Teig, auch hast du kleine Luftblasen hier drin und so, was für den Sauerteig spricht. Also es ist wirklich schon eine leckere Thunfisch-Pizza. Man muss aber sagen, der Thunfisch an sich jetzt und so ist jetzt nicht super special. Das specialige ist eher der Teig, damit werben sie aber auch. Ich glaube aber, der Rand hier im Moment, ich kau mal, ich kau mal von dem hier ab. Ja, die ist ein bisschen knuspriger. Aber die Thunfisch-Pizza kann man auf jeden Fall essen. Zum Glück haben wir allerdings noch ein bisschen mehr. Ich war nicht geizig. Ich wollte den Laden wirklich mal richtig probieren. Wir haben ja, glaube ich, 12, ne, 14, 14 verschiedene Pizzen hier bestellen können. Leider keine einzige mit Knoblochsoße. Aber man kann nicht jeden Fetzer glücklich machen. Ich bin, glaube ich, auch ein bisschen spezial, was es angeht. Mal gucken jetzt, wie die nächste Pizze abschneiden wird. Ah, komm her, du Schnecke. Also das Design finde ich wirklich cool, ne? Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne den QR-Code kennen. Ihr könnt ein Auto anscheinend gewinnen. Also ich mache noch ein riesiges Gewinnspiel, Bußtour und so. Also Marketing haben die beiden auf jeden Fall echt verstanden. Ich habe auch direkt zugeschlagen. Ja, aber klar, auch wegen YouTuber und so würde ich nicht lügen. Und mich interessiert sowas, ne? Ich finde es immer sehr, sehr geil, Sachen zu testen, zu gucken, wie es schmeckt. Vor allem YouTuber-Sachen. Da guckt man ein bisschen kritisch im Auge drauf. Ah, die Pizza, ne? Ich schwöre, ich mache eine Schokopizza. Das wäre auch sehr, sehr geil. Aber, oh, ich muss sagen, der Teig. Der Teig würde mit Nutella oder so übergeil kommen, ne? Das ist kein Tipp für Knossi oder auch für Trimax. Ich schätze euch. Dann, das Ding ist auf jeden Fall käsiger. Ich glaube, das ist ja nicht mal Tomatensauce, merke ich gerade. Ich glaube, ich kriege eine andere Soße. Was ich euch aber jetzt schon mal sagen kann, ist, ne, dass Trimax und Knossi sehr wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt... Also, wir haben ja jetzt einen Laden- und Bestellservice, sag ich mal, rausgebracht. Ich kann mir vorstellen, die haben schon Einfluss darauf, welche Pizzen rausbringen und so weiter und so fort. Aber was ich sehr, sehr vermute, ich expose auch niemanden damit oder sonst was. Sondern da steht wahrscheinlich eine Firma hinter und Knossi und Trimax werben, sag ich mal, mit ihrem Gesicht dafür, was auch vollkommen in Ordnung ist. Vielleicht haben sie auch Einfluss noch darauf, welche Pizza rauskommt und wie. Und ich schätze mal auch, was ich hoffe, dass sie natürlich die Pizzen probiert haben und dann erst ihr Go gegeben hat oder sonst was. Wie wollen die auch keine Scheiße bewerben? Ich glaube, das alles, weil ich habe lustigerweise, als ich kurz bevor ich nach Madeira ausgewandert bin damals, habe ich auch so ein Angebot bekommen. Und die haben gesagt, hey, wir wollen einen Lieferservice machen, blum, blum. Und da habe ich halt abgelehnt, weil ich halt nach Madeira gezogen bin, ne. Ich glaube, das sind nicht dieselben Leute, weil ich glaube, Trimax und Knossi sind nochmal eine ganz andere Atmosphäre, was Reichweite und sowas angeht. Deswegen, die haben wahrscheinlich andere Leute, die das machen. Aber ich verstehe das Prinzip, sag ich mal, dahinter. Was nicht schlecht ist, weil die haben ja jetzt schon irgendwie so 270 Standorte in Deutschland von heute auf morgen geführt. Und das ist ja auch krass, das kannst du ja nicht einfach so easy machen. So, schauen wir, wie die hier wird. Ich sehe Pilze, ich sehe viel Käse und ich sehe keine Tomatensauce. Ach so, ihr versteht das Trüffelding. Die haben Trüffelsauce genommen. Die haben Tomatensauce weggemacht und Trüffelsauce benutzt. Also, ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht warum, aber es gibt zu viele Leute, die mögen Pilze auf ihrer Pizza. Ich bin kein Fan davon. Ich habe nichts gegen Pilze, ne, gerne in meinem Auflauf und hier und da. Aber auf Pizza muss ich mir keine Pilze gönnen. Klar, das habe ich anscheinend falsch gelesen. Ist jetzt kein Weltkollergang. Ich mag die Trüffelsauce. Sie ist nicht so salzig. Ist da vielleicht ein Schuss Mayo? Also, irgendwas spüre ich da. So ein bisschen, so einen schönen fettigen Abgang, sage ich mal. Und es scheinen zwei verschiedene Käsesorten zu sein. Das Gute ist, sie bieten 14 Stücke an. Das heißt, für jeden ist irgendwas dabei. Diese Pilze ist nicht absolut mein Liebling, aber der Teig ist genau derselbe. Wiederschön dick, wieder schön fluffig dazu. Also, aber jetzt auch nicht wahnsinnig knusprig. Klar, so ein leichter Knusper, aber der richtige, absolute Knusper-Spaß kriegt ihr jetzt nicht, was den Rand angeht. Also, sogar die will ich aufessen. Also, ganz ehrlich, die Pizzen gehen voll durch. Also, beziehungsweise sind gut. Das sind keine scheiß hingeklatschten Kackpizzen oder so, sondern du kriegst was für dein Geld. Wir haben ja noch diesen wunderbaren Cookie hier, ne? Ich hoffe mal, der ist auch lecker. Okay, der ist, glaube ich, ein bisschen abgefertigt. Der ist wahrscheinlich nicht frisch gebacken. Hey, ich glaube nicht, so fertig Keks, aber der ist innen drin, schrönen Beich und außen Knusper-Spaß. Lustig, aber sie bietet KFC, glaube ich, fast denselben ein. Wir haben den selben Lieferanten, aber... Oh, der ist lecker. Der gefällt mir. Vor allem nach diesem ganzen salzigen, ein bisschen was Süßes. Die Pizza ist halt ein bisschen salziger. Ist echt lecker. Ich kann aber selbst schon mal sagen, ist das schweinige Proof. Es ist eine Pizza, die man auf jeden Fall essen kann. Sie kann mit der Konkurrenz mithalten. Der einzige Unterschied ist halt, dass zwei YouTuber dahinter stehen. Das schreckt anscheinend einige ab. Ich finde sie schlimm. Ich bin ja selber YouTuber. Ich finde die Pizza immer voll in Ordnung. Und das Geile ist, was, sage ich mal, die Pizza ein bisschen besonders macht. Der Teig ist wirklich gut. Es ist wirklich ein guter Teig. Es ist fluffig. Es ist lecker. Es ist aber auch ein dicker Teig. Aber das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, okay, hey, wo ist der Knusper? Gut, ne? Man kann nicht alles haben. Ich glaube, wenn sie... Man kann den Teig... Ich glaube, diese Warm ist schwer, dann auch einen Knusper-Teig hinzumachen mit dem ganzen Teig, der dann fluffig ist. Ich glaube, das wäre schwer in der Ausführung einfach. Ich bin zufrieden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Angst, dass es vielleicht ein bisschen schlechter wird oder so. Geht voll klar. Happy Slice. Happy Life. Geil. Ich werde ein geiler Werbeträger. Ich packe euch noch hier, wenn ihr mehr Trimax-Action wollt, wo ich wie Trimax wegen seiner Fettsack-Diät gegessen habe, packe ich euch das Video hier hin. Und sonst würde ich sagen, Leute, das Video gerne an. Wir sehen uns sonst mal nix mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.